Du möchtest mehr Umsatz mit deinem Newsletter machen, vielleicht hast du schon einen und bist mit den Ergebnissen nicht zufrieden oder du möchtest jetzt einen Newsletter starten und willst sofort mehr Umsatz mit deinen bestehenden Daten machen. In diesem Video werde ich dir Schritt für Schritt erklären, welche Dinge du dabei beachten musst, was die häufigsten Fehler sind, auf was du bei einer Tool-Auswahl achten musst und wie du ganz einfach mit deinem Newsletter wirklich Umsatz generierst. Legen wir los! Hi, mein Name ist René Joppe, mir gehört die Agentur Ultima und wir sind Experten für das Thema E-Mail-Marketing, Newsletter-Marketing und wir helfen Unternehmen, mehr Umsatz mit ihren bestehenden Leads zu machen. Und heute werde ich dir genau zeigen, was sind die häufigsten Fehler, die Unternehmen machen, warum performen eben nicht alle E-Mail-Marketing-Kampagnen, warum gibt es Newsletter, die nie Umsatz generieren und andere, die kontinuierlich verkaufen. Und was musst du beachten, wenn du einen performanten Newsletter aufbauen willst und zwar auch immer noch Stand heute? Ich nehme dich jetzt mit auf meinen Monitor und wir beginnen einmal mit den zentralen Fehlern im Marketing. Die zentralen Fehler, die du im Newsletter-Marketing machen kannst, sind, dass du deine Methode, deinen Mechanismus, das, was du so besonders machst, ins Zentrum deiner Kommunikation stellst. Dass du Botschaften verfasst, die News sind. Dass du ganz viele Ich- und Wir-Botschaften bringst. Geh mal auf deine Webseite. Wenn die ersten Worte Ich oder Wir sind, dann hast du hier schon genau den größten Fehler gemacht, auch auf der Webseite. Dass du versuchst, mit deinem Newsletter einen Branding-Effekt zu erzielen. Newsletter sind keine Branding-Maßnahmen. Versuche also nicht, das Ganze in einem perfekten Design zu machen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Du wirst so nur einen unterdurchschnittlich performenden Newsletter haben und dich immer fragen, warum mache ich das eigentlich? Und was du auch nicht machen solltest, immer wieder irgendwelche Angebote und Rabatte zu machen, ohne zwischendurch Mehrwert zu liefern. Das sind die häufigsten Fehler. Und dabei ist Newsletter-Marketing eigentlich auch heute noch ein so machtvolles Tool. Du kannst damit so viel Umsatz generieren, wenn man es richtig benutzt. Der richtige Ansatz im Newsletter-Marketing ist der, dass du versuchst, kontinuierlich die Anzahl der Touchpoints zu steigern. Menschen brauchen mittlerweile immer mehr Touchpoints, um Vertrauen zu finden. Sie entscheiden sich immer langsamer und dazu gibt es auch Studien. Studien, die belegen, dass wir im B2B mittlerweile durchschnittlich 20 Touchpoints brauchen, bis ein Interessent sich entscheidet, bei dir etwas zu kaufen. Im B2C sind es immer 14 Touchpoints. Das hat damit zu tun, dass wir in der heutigen Zeit eine Informationsüberflutung haben. Es gibt immer mehr Social-Media-Kanäle, es gibt immer mehr Informationsquellen, die uns auch proaktiv, ohne dass wir es wollen, auf uns zukommen und uns überfluten. Und deswegen ist es schwer und immer schwerer, Entscheidungen zu treffen. Die Anzahl der Touchpoints ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Dafür brauchst du einen Newsletter. Dafür brauchst du E-Mail-Marketing. Es geht also um die Idee, stay in touch, mit jemandem in Verbindung zu bleiben. Jemand nicht nach dem ersten, vielleicht nicht funktionierenden Verkaufsgespräch für immer zu vergessen, sondern dran zu bleiben. Du kannst natürlich auch Aktionen machen, Rabatte, du kannst über Feiertage bestimmte Aktionen fahren, du kannst Produkteinführungen besprechen, Einladungen zu Events, zu Webinaren. Natürlich gehört das auch alles in einen Newsletter mit rein. Die Grundidee ist, die Anzahl der Touchpoints zu steigern. Und ich werde dir jetzt erklären, wie du deutlich besser performst als deine ganzen Wettbewerber, die möglicherweise auch einen Newsletter haben. Wir beginnen mal mit dem Thema, was fast alle übersehen, wenn sie sich ein Newsletter-Tool aussuchen. Ein Newsletter-Tool zu wechseln ist übrigens so einfach, wie eine neue Tastatur an deinen PC anzuschließen. Es ist kein Hexenwerk. Du kannst in jedem Tool exportieren, du kannst in jedes Tool importieren. So ein Import ist innerhalb von ein paar Minuten erledigt. Die Anpassungen der Formulare sind in ein wenig ein paar Minuten erledigt. Je nachdem, wie viel in dem Tool liegt, kann das Ganze wenige Minuten oder ein, zwei Tage dauern. Aber dann ist der Umzug auch erledigt. Und wenn du ein Tool bereits hast und du bist damit zufrieden, dann lade ich dich ein, das trotzdem immer und immer wieder zu prüfen. Aus einem Grund. Es gibt Dinge, die machen dein E-Mail-Marketing sehr kompliziert. Und ich möchte jetzt gar nicht über Features reden und gar nicht darüber, ob das bei dem einen Tool in grün und bei dem anderen in gelb ist. E-Mails versenden können alle Tools. Müsste man meinen. Aber es gibt Tools, die unterscheiden sich. Und es gibt drei Parts, die übersehen fast alle. Und ich möchte jetzt nur über die drei Parts reden. Wenn dich interessiert, was du beachten musst bei der Auswahl eines Newsletter-Tools, da gibt es natürlich deutlich mehr. Dafür habe ich ein anderes Video in meinem Kanal, da erkläre ich dir alle Details. Ich möchte heute nur auf drei Dinge eingehen, die fast alle übersehen. Der erste Part ist, das Tool muss DSGVO-konform sein. Das ist natürlich nicht nur ein Werbespruch, sondern ein DSGVO-konformes Tool ist in deinem Marketing kontinuierlich viel einfacher. Amerikanische Tools kannst du auch benutzen. Es geht. Niemand verbietet dir das. Aber es werden Dinge komplizierter. Zum Beispiel musst du bei einem amerikanischen Tool immer mit einem Double-Opt-In arbeiten. Bei einem deutschen oder europäischen Tool nicht. Du musst also nicht immer mit einem Double-Opt-In arbeiten. Das wiederum erhöht deine Conversion-Rates und das wiederum erhöht deinen Umsatz. Das Thema DSGVO-konform ist also nicht nur etwas, was wir aus gesellschaftlichen Gründen machen sollten, sondern was uns sogar im Marketing hilft. Der nächste Punkt, du solltest mal die AGBs beachten. Die AGBs liest wahrscheinlich absolut niemand, denn sie sind langweilig und was steht da schon wahnsinnig Spannendes drin. Ich möchte dir mal ein Beispiel zeigen von einem Tool. Und ich mache daraus auch gar kein Geheimnis und es soll auch keine Wertung von dem Tool sein. Ich zeige hier nur Fakten. Das heißt, zum Beispiel bei dem Tool ActiveCampaign, das nutzen sehr viele, kannst du auf die Webseite gehen. ActiveCampaign.com slash legal slash acceptable use policy. Du kannst dir diese Seite natürlich einfach übersetzen und dann hast du exakt den Text. Ich habe hier exakt eins zu eins den Text von dieser Seite übersetzt. Wir können Nachrichten und Inhalte jederzeit aus beliebigen Grund löschen oder entfernen. Wir überwachen auch deine Aktionen der Nachrichtenempfänger, um festzustellen, ob die Anzahl der zurückgewiesenen Nachrichten, Missbrauchsmeldungen oder Abmelderaten über dem Durchschnitt liegt. Wenn eine Rate anormal ist, kann ihr Konto einer manuellen Überprüfung unterzogen werden. Darüber hinaus kann ActiveCampaign ihr Konto im Falle von Beschwerden der Empfänger über Spam, das haben übrigens so ziemlich alle, oder unerwünschte Nachrichten sofort sperren oder kündigen. Sie haben keinen Anspruch auf Rückerstattung jeglicher Art. Zu dumm nur, dass die nur Jahresverträge machen. Wenn du also dort einen Jahresvertrag hast und du verstößt gegen diese Compliance-Regelung, gegen die übrigens alle verstoßen, wenn sie mal ein Newsletter versenden und für einige wirkt eher wie Spam, weil du vielleicht viel versendest oder lange dich nicht gemeldet hast, dann hat ActiveCampaign zumindest das Recht, dein Konto sofort zu kündigen, zu sperren, Nachrichten zu löschen. Es gibt auch verbotene Branchen bei ActiveCampaign. Du darfst dort bestimmten Branchen nicht angehören, dann verstößt du ebenfalls gegen diese Policy. Gut, jetzt gibt es hier illegale Substanzen, da will ich jetzt gar nichts sagen, das ist für mich in Ordnung. Arzneimittel, unabhängig davon, ob sie rezeptfrei sind oder nicht. Okay. Nahrungsergänzungsmittel. Okay. Produkte zu männlicher Leistungssteigerung. Hier heißt übrigens nicht Potenz, Leistungssteigerung ist auch Muskelwachstum. Begleit-Dating-Dienste. Damit kann ich leben. Affiliate-Marketing. Du darfst mit ActiveCampaign keinen Affiliate-Link versenden, auch nicht zu Amazon oder irgendwas anderem. Kreditangebote, Daytrading, Forex, also jede Form von Finanzdienstleistung, Kryptowährung, Vermögensplattform ist verboten, Multilevel-Marketing verboten, Möglichkeiten zur Lead-Generierung verboten, Arbeiten von zu Hause verboten, Anlageberatung verboten. Und hier unten, als letzter Satz, da geht doch einem Anwalt das Herz auf, ich bin keiner, aber trotzdem andere Produkte oder Inhalte, die nach unserem alleinigen Ermessen anstößig sind oder die Empfänger wahrscheinlich verärgern. Sensationell. Also für mich ein Grund, mal in die AGBs reinzugucken. Wenn man also so ein Tool hat und du verstößt kontinuierlich gegen die AGBs, ist es nichts anderes, als würdest du kontinuierlich gegen die DSGVO verstoßen. Es muss nichts passieren. Es ist aber gewissermaßen eine Sollbruchstelle in deinem Unternehmen, ein Damoklesschwert, was kontinuierlich über dir und deine Marketing schwebt und was von heute auf morgen auf einmal ein Problem gibt, was dann für dich ziemlich teuer wird und es kommt nie zum richtigen Zeitpunkt. Last but not least, was ebenfalls viele übersehen, es gibt in einem E-Mail-Marketing-System zwei Arten des Versands. Es gibt das sogenannte Shared-IP-Versandsystem und es gibt die dedizierte IP zum Versand. Das Shared-IP-Versandsystem bieten absolut alle Anbieter an, das dedizierte nur wenige Anbieter. Und hier macht es einen Riesenunterschied, ob du mit Shared-IP arbeitest oder mit einem dedizierten. Klingt alles sehr technisch. Das, was dahinter steht, ist ganz einfach. Nicht jede E-Mail, die du versendest, kommt beim Gegenüber an. Und jetzt meine ich nicht, dass die nicht geöffnet wird. Ich meine auch nicht, dass die in einem Spam- oder Werbetab landet. Ich meine, die E-Mail kommt nicht an. Die ist nie da gewesen. Dafür gibt es eine Berechnung und zwar eine Zustellrate. Und du kannst auf Seiten wie zum Beispiel E-Mail-Tool-Tester, kannst du dir anschauen, welche Tools stellen denn E-Mails gut zu. Das heißt, bei welchen Tools generierst du wirklich Umsatz, weil die E-Mails ankommen. Wenn die E-Mails überhaupt nicht mal ankommen, dann hast du keine Chance, Umsatz zu machen. Und das wissen viele nicht. Man denkt immer, man versendet eine E-Mail und die kommt an, aber es ist nicht so. Und dann rede ich danach über Spam, über den Werbetab und über Öffnung und Lesen und Conversion. All das kommt danach. Aber wenn die E-Mail nicht mal ankommt, dann brauchen wir über das alles gar nicht reden. Es ist der längste Hebel in deinem E-Mail-Marketing, die Zustellrate zu optimieren. Sorge also dafür, dass du herausragende Zustellraten hast, dann wird dein E-Mail-Marketing auch funktionieren. Okay, du kannst übrigens diesen Score selbst ermitteln. Da findest du ebenfalls eine Anleitung in meinem Kanal. So, die Frage, wann solltest du denn deine Newsletter versenden, um bessere Ergebnisse zu generieren? Nun, das ist ziemlich einfach. Im B2B, am Dienstag, am Donnerstag oder am Mittwoch. Das sind die besten Tage. Die anderen kannst du auch mal probieren, aber achte da auf die Zahlen, denn diese drei sind die besten Tage in der Reihenfolge. Im B2C ist das Ganze ein bisschen lockerer. Montag ist ein guter Tag, Donnerstag, Dienstag, Mittwoch, Freitag. Du siehst übrigens, bei beiden ist das Wochenende relativ schlecht für den Versand. Auch hier reden wir von einem Durchschnitt. Das heißt, hier werden am Wochenende durchschnittlich weniger E-Mails geöffnet, weniger E-Mails geklickt. Der beste Tag also durchaus Dienstag, Donnerstag, Mittwoch in beiden Bereichen. Was sind denn die besten Versandzeiten? Auch relativ klar. 9 bis 12 oder 8 bis 20 Uhr. Alles, was vor 9 bis 12 ist, sind die Menschen unterwegs, gerade auf Arbeit, haben in der Regel nicht den Nerv, die E-Mail komplett zu lesen oder auch die Links zu klicken. 9 bis 12 sind sie auf Arbeit und sind in einem Zeitfenster. Ab 12 sind die meisten in der Mittagspause. Nach 16 Uhr fahren die meisten nach Hause. Ab 18 Uhr bis 20 Uhr sind die Leute wieder aufnahmefähig. Danach beginnt der Abend. Das heißt, die idealen Zeitfenster zum E-Mail-Versenden sind genau diese 5 Stunden. Versandfrequenz. Wie häufig solltest du denn einen Newsletter versenden? Nun, je nach Branche, aber hier auch da kann man sagen, im B2B sind 4 E-Mails pro Monat völlig durchschnittlich. 6 E-Mails im B2C sind durchschnittlich. Wenn du also denkst, ich darf maximal eine E-Mail im Monat versenden, versenden deine Wettbewerber 4x mehr Touchpoints. Wir brauchen Touchpoints. 4x mehr Touchpoints, ohne dass es jemanden negativ aufstößt. Denn 4x im Monat ist absolut durchschnittlich. Wenn du also im Monat nicht mindestens jetzt schon bei 6 E-Mails, 8 E-Mails, 10 E-Mails bist und denkst, du bist schon am völligen Maximum, du irrst dich. Man kann viel mehr versenden, als du es denkst. Heißt nicht, dass du täglich versenden solltest. Habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, eine E-Mail pro Woche ist der absolute Durchschnitt. Und damit generierst du mindestens durchschnittliche Ergebnisse. Wenn du mehr willst, kann man auch mehr versenden. Aber hier kommt es vor allem auf die Botschaft an. Kurz zu den KPIs. Öffnungsrate durchschnittlich 22 bis 25 Prozent. Wenn du drüber liegst, hervorragend, du machst alles richtig. Klickrate durchschnittlich 3,5 Prozent. Wenn du drüber liegst, du machst alles richtig. Bounce-Rate sollte immer unter 0,5 sein. Die Abmelderate immer unter 1 Prozent. Dann hast du grundsätzlich alle KPIs über den Schnitt erreicht. Wir haben Kunden, die generieren selbst bei sehr großen, sehr großen 6-stelligen Verteilern, teilweise sogar 7-stelligen Verteilern, Öffnungsraten von über 30, 35 oder sogar 40 Prozent. Es geht, wenn man weiß, wie. Und das, was wirklich zählt im E-Mail-Marketing, ist Copywriting. Copywriting ist die zentrale Rolle im Marketing. Schlägt Design, schlägt Versandzeiten, schlägt Versandtage, schlägt das E-Mail-Tool in einem gewissen Rahmen zumindest, was die Zustellrate angeht. Also alles andere ist schön, aber wenn das Copywriting nichts taugt, hast du verloren. Wenn du denkst, dass ein Newsletter schön designt sein muss, hast du verloren. Denn ein designter Newsletter wird sofort als Werbung enttarnt. Und wenn du in der Werbung, wenn du bei dem Gegenüber sofort das Bild einer Werbung hervorrufst, bist du halt auch sofort im Werbetab. Du schaffst es also, wirklich guten Umsatz zu machen, wenn du gutes Copywriting hast. Und gutes Copywriting kannst du nur machen, wenn du weißt, was bewegt deine Kunden. Und das Ganze kannst du am einfachsten ermitteln, indem du ein Brainstorming machst. Ein Brainstorming, idealerweise mit deinen ganzen Kollegen, vielleicht auch mit ChatGPT zusammen und ermittelst, was sind die häufigsten Herausforderungen, Probleme, die häufigsten Wünsche und Ziele deiner Zielkunden. Und dann machst du eine Tabelle und ermittelst alles, was sie wirklich bewegt und schaust, wo kannst du helfen mit deinem Angebot. Und dann redest du darüber und nicht über dein Angebot. Denn die richtige Weg ist, erst über Probleme oder erst über Wünsche zu sprechen, dann Lösungsbewusstsein zu schaffen und erst im letzten Step wirklich zu pitchen und etwas zu verkaufen. Und das ist das, was so viele falsch machen, warum sie mit ihrem Newsletter einfach niemals Erfolg haben. Du kannst das Thema Newsletter natürlich für dich angehen. Ich habe dir eine kostenfreie Newsletter-Marketing-Masterclass hier unten in dem Text unter dem Video verlinkt. Da kannst du einmal unsere kompletten Strategien lernen, wie du einen hochwertigen Newsletter aufsetzt. Die Option zwei ist, dass du den Newsletter gar nicht selbst aufsetzt, sondern wir das als Agentur für dich machen im Service done for you. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wir steigern innerhalb von nur vier Wochen deinen Umsatz mit deinen bestehenden Daten. Und wir brauchen dafür diese ganzen neumodernen Strategien für Cold Calls, Social Selling, Ads, SEO, Webinare und Co. brauchen wir nicht. Wir arbeiten nur mit deinem Verteiler. Wir haben dafür eine sensationelle Strategie entwickelt, die im Schnitt den Umsatz von Unternehmen um mindestens 20% steigert. Und wir sind ziemlich verrückt, was das angeht und ziemlich verrückt, was die Ergebnisse angeht. Deswegen geben wir dir sogar eine Return-on-Investment-Garantie. Wir garantieren dir schriftlich, dass sich unsere Leistung für dich rechnet. Oder du kriegst dein Geld wieder. Geh einfach jetzt auf autima.de und buche dir deinen Termin. Wenn du auf unserer Webseite bist, siehst du hier direkt am Anfang das kostenlose Strategiegespräch. Hier drückst du drauf und dann fragen wir dich ein paar Dinge ab. Wir wollen natürlich wissen, wie heißt du? Wir wollen wissen, wie heißt deine Firma? Was machst du beruflich? Wie viele Kontakte hast du in deiner Datenbank? Und am Ende kommst du direkt zu unserem Online-Terminkalender. Kannst dir ein Gespräch buchen, auch mit mir persönlich. Dann lernen wir uns einmal kennen und dann kann ich dir auch nochmal die Details in diesem System genau erklären. Ich bin mir sicher, wir werden deine alten Leads alle reaktivieren und ordentlich Gold aus deiner Liste holen, was du schon gar nicht mehr auf dem Schirm hattest.